Weiter geht's mit dem Buchstaben U für Unterlage. Guter Punkt. Ich bin jetzt gleich live und ihr dürft entscheiden, welche Nägel ich drauf machen soll. Unter Wasser-Asmae gibt es im Vlog auf YouTube, wo ich euch mit einer Gretan... Spektakulär. Urkunde. Es gibt jetzt aber keine Ehrenurkunde. Ich glaube, ich habe die nur einmal bekommen beim Sport. Mein YouTube-Button als Urkunde. Ja, moin. Eine Dekomarmung für euch. Eine Dekomarmung für euch. Hab euch so lieb, mein Lämmel. U für Sagen. U für you. Ihr habt immer so geile Ideen. Hammer. Und als Nächste sind wir schon bei V. V. Krass. Und wenn du das Video gerade siehst, bin ich bestimmt schon live. Komm gerne dazu. Ich mache mir die Nägel. Ich gehe. Vielen Dank.